Die Geschichte des Jahres Es war Ende Januar. Ein furchtbarer Schneesturm tobte. Der Schnee flog wirbelnd durch Straßen und Gassen. Die Fensterscheiben waren von außen wie mit Schnee überklebt. Von den Dächern stürzte er in Massen, und die Leute waren wie auf der Flucht. Sie liefen, sie flogen und fielen einander in die Arme, hielten sich einen Augenblick fest und standen so lange sicher. Kutschen und Pferde waren wie überpudert. Die Diener standen mit dem Rücken gegen die Kutsche und fuhren rückwärts gegen den Wind. Der Fußgänger hielt sich beständig im Schutz des Wagen, die nur langsam in dem tiefen Schnee vorwärts glitten. Und als sich endlich der Sturm legte und an den Häusern entlang ein schmaler Steg geschaufelt wurde, blieben die Leute doch stehen, wenn sie sich begegneten. Keiner hatte Lust, den ersten Schritt zu tun und in den tiefen Schnee zu treten, damit der andere vorbei schlüpfen könne. Schweigend standen sie da, bis endlich wie in stiller Übereinkunft jeder ein Bein preisgab und es in den Schneehaufen steigen ließ. Gegen Abend war es windstill. Der Himmel sah aus, als ob er gefegt und höher und durchsichtiger geworden sei. Die Sterne schienen nagelneu zu sein, und einige waren hell und klar. Es fror, dass es knackte. Da konnte wohl die oberste Schneeschicht so stark werden, dass sie in der Morgenstunde die Sperlinge trug. Diese hüpften bald auf, bald nieder, wo geschaufelt war, aber viel Futter war nicht zu finden, und sie froren tüchtig. »Piep«, sagte der eine zum anderen, »das nennt man nun das neue Jahr, es ist ja schlimmer als das alte. Da hätten wir es ebenso gut behalten können. Ich bin verstimmt und habe Grund dazu.« »Ja, da liefen nun die Menschen umher und schossen das neue Jahr ein«, sagte ein kleiner, verfrorener Sperling. »Sie schlugen Töpfe gegen die Türen und waren vor Freude ganz außer sich, weil nun das alte Jahr fortging. Ich war auch froh darüber, denn ich habe erwartet, dass wir dann warme Tage bekämen, aber daraus ist nichts geworden. Es friert viel strenger als vorher. Die Menschen haben sich in der Zeitrechnung geirrt.« »Das haben Sie«, sagte ein Dritter, der alt und weiß am Schopf war, »Sie haben da etwas, das Sie den Kalender nennen. Der ist so Ihre eigene Erfindung, und alles soll sich darum nach ihm richten, aber das tut es nicht. Wenn der Frühling kommt, dann beginnt das Jahr. Das ist der Lauf der Natur, und danach rechne ich.« »Aber wann kommt der Frühling?«, fragten die anderen. »Der kommt, wenn der Storch wiederkehrt, aber mit dem ist es sehr unbestimmt. Und hier in der Stadt weiß niemand etwas davon. Auf dem Lande wissen Sie es besser. Wollen wir dorthin fliegen und warten? Dort ist man dem Frühling näher.« »Ja, das mag ganz gut sein«, sagte einer von den Sperlingen, der lange umhergehüpft war und gepiept hatte, ohne eigentlich etwas gesagt zu haben. »Ich habe hier in der Stadt einige Bequemlichkeiten gefunden, und ich befürchte, dass ich sie draußen vermissen werde. Hier drüben auf einem Hof wohnt eine Menschenfamilie, die den sehr vernünftigen Einfall hatte, drei, vier Blumentöpfe mit der großen Öffnung nach innen und dem Loch nach außen an der Wand zu befestigen. In jeden ist ein Loch geschnitten, so groß, dass ich ein- und ausfliegen kann. Dort haben ich und mein Mann unser Nest, und alle unsere Jungen sind von dort ausgeflogen.« Die Menschenfamilie hat das Ganze natürlich eingerichtet, um das Vergnügen zu haben, uns zu sehen. Sonst hätten sie es gewiss nicht getan. Ihres Vergnügens wegen streuen sie auch Brotkrumen aus. »Und wir haben das Futter. Es ist gleichsam für uns gesorgt. Und darum glaube ich, dass ich und mein Mann bleiben, obwohl wir sehr unzufrieden sind. Aber wir bleiben.« Und wir fliegen auf dem Weg. »Ich bin mal.«